Take a trip to my house Alter, tu ich mir eben weg? Das ist heftig Den brauch ich auch auf jeden Fall für die ganzen Schienen Aber ist das nicht cheaten? Ja, deswegen mach ich das auch ungern. Ich hab das nur mal so einmal gemacht, damit man sieht, wie ich das meine und jetzt mach ich das nicht wieder Weil ich finde, das ist echt kacke Ja, zeig das zwei Folgen nochmal später für die die ersten Verpasster Und dann nochmal, und dann nochmal Ja, genau Da bin ich abhängig, da finde ich das nicht mehr so schlimm Bist du grad Was? Also entweder ist ein Monster in unserer Homo-Hütte oder du warst da gerade Nein, ich war da nicht die Tür aufgehen, mit Trittplatten also die Trittplatten und schon wieder als würde da die ganze Zeit jemand rein und raus gehen Yo, Brine Ey, Tatsache! Scheiße! Nein, 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 nein Oh Mann, macht mir doch nicht so'n Schrecken Ist nur ne Spinne Müssen hier denn immer was troppen mit Wilders Bist komisch Scheiße, mein Jetpack ist alle Das ist nichts mehr So, Weizmaschine Jetzt geht's los Ich brauche Stahl Nein, jetzt ist hier kein Gold mehr Ich muss schon wieder zurückrennen Ich glaub das nicht Arrrr Ich brauche so viel Gold jetzt Hä? Du sagst doch so und so viel ist okay Nein, es war nur Spaß aber ich nehme gleich echt mal einen ganzen Stack weil ich brauch da so viel von für die Schienen Ich würde ja auch noch mehr geben Ok Geh dann einen halben Stack Nein, nein, nein Ok Geh dann einen halben Stack Wolltest du nicht mal Creeper-Löcher mit Barrieren Na komm noch Weil ich kann leider nicht alles auf einmal machen Natürlich kannst du das Ja stimmt, ich bin immer Multidemon Hunter Ja, das Multidemon steht für ganz viel Multitorsking Multitorsking Hunter Was weiß ich Ich jage nach dem Multitorsking Wie dumm Ja, ein bisschen So, ähm Foppen Schwanz Ich hab mal das benutze Steinschwert von diesem einen Witterskelett da reingetan Ich glaub ich zack mal irgendwie so Call of Duty Modern Morpher Multiplayer Ja, und erklär dabei immer so was so Wörter so Worterklärung Aha Gute Idee, ne? Oder gibt's das schon? Ich weiß nicht, wie meinst du das? Worterklärung Ja, zum Beispiel was ne Schwanzfappe ist oder ein Schmock oder Sumpfarsch oder Nein! AHHHHH Ein Stück vom Baum mit draufgegangen Ah Oh mein Gott Das sieht alles hässlich aus Das war das Let's Play Waren zu Ende So bei Folge So Willkommen zum Let's Play Minecraft Together So, äh Folge 2 Ey Folge 2 So, äh Ich hab keinen Bauch mehr Sowas gibt's bestimmt Schlecht Ich find das eh schon dumm, wenn wir bei Folge 100 aufhören oder so Tja, haben wir nicht gemacht Also mit Worterklärung meine ich jetzt zum Beispiel, was ein Sumpfarsch ist oder so Okay, also Tin Cans wirken immer noch so also Tin Cans wirken, wenn du die mit vergiftetem, verrottetem Fleisch gemacht hast immer noch so wie verrottetes Fleisch Schade irgendwie Und was hältst du von meiner Idee? Welche? Ich hab dir nicht zugehört, weil ich hier grad konzentriert war Tu mir leid Fuck Call of Duty Multiplayer Und erkläre Wörter wie Schmork, Sumpfarsch, Schwanzpoppe Ach so, das, ja, das hab ich mitgekriegt, ja, okay, das find ich gut Ey, oder gibt's sowas schon? Glaub nicht Ich hab wieder ein Ei Sumpfarsch Was ist das, bitte? Kannst du mir das mal erklären? Äh, nö Keine Ahnung, ach jetzt mal Also, manche sagen, es gibt es, manche sagen, es gibt es nicht Das gibt's nicht Manche sagen, das bedeutet, dass man aus dem Arsch stinkt Und ja, da weiß man gar nicht so genau, ob man den Quellen trauen darf Guck mal bei Wikipedia Aber auch wirklich Wikipedia, nicht Stupedia oder so Wo du nachgeguckt hast Nein, ich hab ein Gute-Fragen-Netz zum Beispiel auch schon mal nachgeguckt Aber da können ja auch irgendwelche unqualifizierten Christian Böcker sowas hinschreiben Ach ne, die wissen ja nicht mal, wie man einen Browser öffnet Die wissen nicht mal, wie man einen Browser schreibt Ich glaub, da ist ein V drin, oder? Richtig Ich hab das ein X drin Wahrscheinlich B-R-A-U-S-E-R Brause, ja, wie Brause Das ist doch richtig, oder nicht? Browser mit W Der Internetbrowser hat schon wieder P-Chat führt, oh mein Gott Das versteh ich jetzt nicht Oh mein Gott Mein Stuhl geht aus Oh mein Gott, mein Stuhl geht aus Oh mein Gott, mein Penis ist feucht Jetzt mach schon hin Ich warte nur die ganze Zeit auf dieses Gerät, dass es fertig ist So, jetzt hab ich 40 Bewährungsstäbe Hey, wollen wir aufhören, ich hab keinen Bock mehr Also ganz mit Let's Play Together Na, ein Spaß, nur für heute Äh, okay Das hat mir jetzt Angst gemacht Ja, okay, sofort Ich werd nur mal eben hier die Dinger fertig machen Die Hochgeschwindigkeitsleisten hier Scheiße, ich hab nur 2,5 Herzen Wollte ich enchente mal irgendwas mit Schutz 4 in meine Hose oder so Ist die Hose bei Nano überhaupt für Schutz zuständig? Ein bisschen, ne? Ja, stimmt Ja, alle Teile sind für Schutz zuständig Nee, Schuhe glaub ich gar nicht Doch, auch Nein Maka Wenn ich geschlagen werde Wird bei jedem Teil Energie abgezogen Nur bei Schuhen nicht Keine Ahnung Die sorgen auch für Schutz eigentlich Ja, aber anscheinend nicht Sonst wird da auch Energie abgezogen werden Da wird nur Energie abgezogen Wenn ich irgendwo runterfalle Normal hast du ja recht, nur bei Nano ist das was anderes Glaube ich irgendwie nicht, um ehrlich zu sein Alter, Heil Hitler, Mann Ja, okay Ah 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 Alter, 6 Monster Und ich 6 Monster Jonas Und der Ozean Manchmal bereut ich, dass ich keinen Bogen mehr habe, ne? Ohne Scheiß Wenn der Creeper sich wieder sprengt und mir alles kaputt macht, ey, dann ficke ich den in den Arsch Mann, das ist voll kacke, ich brauch ein White-Rack und mach erst mal 16 Tja, weil du scheiße bist Meinst du das ernst mit dem aufhören? Sonst würde ich jetzt aufhören Sitten in der Toilette Hä? Meinst du das ernst mit dem aufhören? Weil dann würde ich kurz einen Cut machen, also wenn ich unten bin, die Leiter Ja, warte, kleinen Moment, ich muss noch eben hier so ein paar Viecher erledigen, bevor die mich erledigen, oh mein Gott, er hat Gunpowder Das sind die schlimmsten Es ist schon mal aufgefallen, dass sie irgendwie immer sowas aufheben, was da gerade rumliegt Ja, das machen die neuerdings Ich mag das Pass auf, dass sie kein Schwert aufheben Ha, das wär scheiße Ich bin Level 30 Ich bin Level 6 Ja, entchante doch mal eben, aber du willst ja ganz entchanten, oder? Hm, ich weiß noch nicht Oh mein Gott, da bin ich entchanten Was ist das denn? Na toll, Leute Verdammt, dafür brauche ich ja auch eine Weichenstellung Nächstes Mal Verdammt, dann muss ich nächstes Mal gucken Das ist jetzt wahrscheinlich so eingestellt, dass man jetzt so oder so zu mir fährt, aber genau das will ich ja nicht Verdammt Gut, dann würde ich mal sagen, wir stoppen in 3, 2, bis dann Leute, 1, Sub